Sven und Christian sind soeben eingezogen ins Top 4 der JBL. Supergeil, umkämpftes Spiel, spannendes Spiel. Wie geht's euch jetzt? Sven, fangen wir mit dir an. Supergeil, auf jeden Fall. Wir haben nicht erwartet, dass wir so weit kommen vor der Saison. Es ist einfach ein supergeiles Gefühl und ein Traum eigentlich. Es ist einfach geil, wenn man in die Hauptrunde geht. Hoffentlich gewinnen wir ein, zwei Spiele und dann gewinnen wir alle sechs. Und dann auch noch die Pirates. Ich meine, wir haben Nazi-Spieler, wir haben keinen einzigen. Noch nicht. Ja, Glückwunsch. Und die Trikots, was hat es da mit auf sich? Sind die gesponsert? Wart ihr überrascht? War das eine Überraschung? Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung. Ich bin ja Physio, der Nazi und der ist auch bei Dirks. Der hat das organisiert für uns. Und sogar unterschrieben, ne? Ich würde hier gar nichts anziehen, ich würde direkt bei Ebay stehen. Nein, da steht ja im Namen drauf. Ah, geil. Ja, dann natürlich. Also feiert, genießt den Moment, man weiß nie was passiert. Ihr habt ja gesehen bei den Piraten, wie schnell man sich verletzen kann. Genießt das und wir sehen uns dann am 18. Juni und rock top vor. Genau, ne? Ja. Ich werde es zu folgen. Mach es dir, ne? Ciao. Ciao Mann.